Die Geschichte der Geschichte Millionen von Menschen haben sie gelesen, also kannst du sie auch erzählen. Die Geschichte ist so unsinnig. Sie ist wunderbar, wunderbar unsinnig. Vielleicht hören die Leute nicht gern so viel Unsinn? Wer nicht mag, braucht nicht hinzuhören. Na schön, wie du willst. Und du spielst mit, nicht wahr? Alle, alle spielen mit. Das Kaninchen und die Maus und die Raupe, die Lachkatz und der Hutmacher natürlich und der Merzhase und die Spielkarben, alle. Und du auch. Ich? Ich dachte, ich erzähle die Geschichte. Eben, indem du erzählst, spielst du mit. Also gut, das Spiel beginnt. Es handelt von dir, Alice, und von deinen Abenteuern im Wunderland. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020